Alle zusammen, das ist das Internet aus der Dose. Assistenzhunde und so, schon mal gehört. Aber Assistenz-Ponis? Ein paar Studenten haben ein riesiges Tetris auf einem Gebäude gespielt. Oh Gott! Just do it, do it that way! Do it that way, yeah, yeah, yeah. Oh no! Oh Gott, you got it! At least you're not playing first-person. Oh, oh, okay. There, yeah. On the side, with it, yeah. Oh! Oh. Oh! 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 Das war's. Schau ein Reh, ich sehe es, ein Reh. Schau dort, ein Reh, ein Reh. Stell dir vor, gehst du an einem solchen Tag Skifahren. Keine Angst, es ist niemand verletzt worden. Das ist das Ende des Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dass ihr uns bald da seht. Bis dann!